hallo ihr lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin Vivi und heute quatschen wir nur eine ganz kleine runde und zwar werde ich ja ein abospecial machen sobald die 300 abos erreicht sind auf youtube und dafür brauche ich ein paar fragen die ihr mir stellen wollt oder schon immer bestellen wolltet egal ob das source reality ist ob das das sso ist ob das real life sachen sind ich bin da relativ offen sollte es wirklich zu abgespaced die frage oder wie auch immer dann suche ich mir natürlich selber aus ob ich sie mit rein nehmen oder nicht genau so ein q&a video soll das 300 abospecial werden und passend dazu einfach ich weiß nicht ihr könnt mir schreiben wo ihr wollt ihr könnt mir auf was für die schreiben können wir schreiben ihr könnt mir auf youtube selber unter das video schreiben was natürlich vielleicht am praktischsten wäre was für fragen ihr mir stellen wollt und wenn ihr möchtet erwähne ich auch euren namen genau passend dazu möchte ich wenn es soweit ist auch etwas verlosen ich glaube das wird dieses diesen monat nicht mehr sein aber wenn wir bis nächsten monat 300 abos voll kriegen werde ich die neuen hintergründe verlosen die reinkommen und da werde ich dann den ersten zweiten und dritten platz raussuchen wir haben ja hier den fitting room da werde ich dann jetzt hier das neue was rausgekommen ist wir können ja mal eben reinschauen und machen daraus trägt mal ein news update background und waren wir hier so total süß am strand gelegen mit diesen brillen pinguinen also ich finde es total süß es ist schön sommerlich gefällt mir sehr gut ich muss sagen das wäre eher so ein hintergrund eigentlich für so juni juli august wenn meine verhältnisse einfach so vom persönlichen her so im mai hätte ich noch so mit blümchen und gerechnet irgendwie keine ahnung das ist jetzt meckern auf hohem niveau aber ja ich habe halt vor dann auch eine wie gesagt eine kleine verlosung zu machen wenn die 300 abos voll sind das wird hier dann ein hintergrund sein das wird so sein dass ich einmal ein ganzes pack verlose der erste platz kriegt ein ganzes pack mit 500 mit 500 mit fünf hintergründen der zweite platz bekommt drei hintergründe und der erste platz bekommt quasi als trostpreis einen davon und ja ich würde mich freuen wenn ihr bock habt daran teilzunehmen wie gesagt das ist jetzt noch nicht für diesen monat sondern erst dann für nächsten und damit ihr auch seht dass ich das wirklich ja nicht schneide oder mit zurecht lege oder so werde ich dazu einen live stream machen auf twitch ihr findet alle alle infos zu twitch in der video beschreibung und dann machen wir das live vor ort ich werde dann die namen die in game in game namen mit dann notieren für die leute die mitmachen wollen und ja das so wird es sein damit dafür gibt es auch noch mal ein extra video noch mal ein extra aufruf dass wir das nächste monat machen ich wollte euch nur schon mal impfen dass ich so etwas vorhabe wir gucken mal hier die limitierten backgrounds für mai ich glaube das sind alte hintergründe die es schon gab aber diese jetzt wieder zu kaufen gibt es glaube es gab die eine ganze weile nicht mehr kann das sein konnte man sich zwar angucken aber man konnte sie nicht kaufen ich freue mich total hier die beiden sind für 450 jeweils drin und der neue für 350 und ja ich freue mich wirklich wirklich sehr darüber ich habe alle drei noch nicht logischerweise das nicht die beiden habe ich aber auch noch nicht und die werde ich mir auch auf jeden fall ein verleiben und ja das war es schon an der stelle und lassen wir gerne ein like ein abonnenten kommentare und folgt mir auf twitch wenn ihr das noch nicht tut und wir sehen uns in der nächsten folge oder live bis dahin ciao